Und jetzt machen wir es kurz wie wir Bayern. Hier ist der deutsche Fußballmeister und der deutsche Pokalsieger 2016. Nach einer rauschten Feiernacht. Hier ist die beste Fußballmannschaft Neustadt, der FC Bayern München. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier ist die beste Fußballmannschaft Neustadt, der FC Bayern München. Das ist das Besser, wir sind in einer Ewigkeit. FC Bayern, Sterne Südens, du wirst niemals untergehen. Da wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja so heißt er am Anfang. Ja so war es, und so ist es, und so will es immer sein. Wir sind die Champions, meine Freunde. Wir sind die Champions, wir sind die Champions. Das sind die Champions, die erste Bayern München. Zum 18. Mal den DFB-Pokal gewonnen. Zum 26. Mal deutscher Meister. Die ganze Mannschaft. Was habt ihr das da für ein Spiel angeliefert? Ne, Jungs. Habt ihr gesehen? Ja, hallo. Und ihr seht ja eine internationale Gruppe, der FC Bayern. Deswegen, komm on. Wir nach France. Wo sind wir? Hier. Frank und Kittrich. Kommt mal vor. Komm on. Frank in Berlin. Kommt mal vor. Oh, Champs-Elysées. Oh, Champs-Elysées. Oh, Champs-Elysées. Oh, soleil, sous la pluie, à midi ou à miimis, il y a tous, que vous voulez, au Champs-Elysées. Oh, Champs-Elysées. Oh, Champs-Elysées. Er hat gestern alles gegeben, habt ihr das gesehen? Wir haben sich über die Baden mitgequältet. Frau Gäste, der ist zu Leier. Und Thomas Müller, das ist der Kohlreich. Ich habe letztes Mal im FC Bayern-Fan-Magazin gelesen, dass du Rapper wirst nach deiner Karriere. Kannst du uns da vielleicht eine kleine Kostprobe geben? Das habe ich schon richtig gelesen, oder? Hast du, hast du. Im FC Bayern-Magazin stand 2026, Jerome Boateng ist Rapper. Nein, nein, nein. Nein, nein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Der neue Weltmeister im Fußball ist der Gentleman Jérôme Porteign. Dicker Mann, der gestern beim letzten Dackels kam her. Kommst du her? Dackels. Kommst du her? Kommst du her? Ja, komm hier. Lass, er ist so süß und immer so schüchtern. Der geht immer weg. Gestern, der entscheidende Hensmeter, er hat die Nerven behalten. Dackels Wasser! Ich muss nicht achten. Ich hab's euch vorher schon gesagt. Die Nacht war sehr kurz. Sehr kurz. Ähm, deswegen muss ich mal schauen, ob man die Jungs jetzt jetzt... Gott, das würde ich jetzt überhaupt noch was sagen können. Ja gut, Radio Müller muss man dann immer mal einschalten. Aber dazu später, ne? Ja, es ist doch... Ich darf euch eins verraten. Ich darf euch eins verraten. Es gab gestern eine Weltpremiere auf der internen Pokalfeier. Und zwar, ihr kennt alle das erfolgreiche Duo Seiler und Speer aus Österreich. Die werden sich jetzt umbenennen, denn die heißen jetzt... Seiler, Müller, Speer und Alaba. Und haben... Ihr werdet ihr vielleicht schon gesehen haben, wenn nicht, in Kürze mit Sicherheit. Äh, denn was da gestern abging, war schon groß. Meine Damen und Herren, Deutscher Meister, Deutscher Pokalsieger, Bist du Deppert, machen wir bitte vorgucken. Damit Alaba! Und... Also... Du Felix, auskriegen, dass du solchen Spieler hast! David! Du bist... Du bist... Österreichs Sportler des Jahres. Du bist sehr super sein. Du Felix, auskriegst. Nur ganz kurz, David. Du machst mir noch den Eindruck, als wenn du noch einen Satz dazu nicht predikat und objekt bitten kannst. Wäähähäh! Nein! David! Pokalsie, gestern, nach dem Match... Und das war nicht... Das war nicht reicht, hä? Was sagst du? Ist ja gar nix, hä? Ja... Ich hab's befürchtet. Aber du hast mein vollstes Verständnis. David Alaba! Er steht grad so schön. Er steht grad so praktisch. Und jetzt sag ich euch was. Ohne diesen Mann hätte der FC Bayern diesen 26. Meistertitel auf diesen Pokalsieg nicht so einfach eingefahren. Er war der Garant dafür. Er hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten 30 Bundesliga-Turne geschossen. Er ist der Torschützenkönig. Er ist geworden ohne Robert Lewandowski! Er hat da selbst flert ein Jahrzehnt mit dem Er hat sich wohl ganz schön freundet. Einer hat." Probe, Leverdorffi, die meinteste Schöne der Welt, zum Malen her, unser Wahnsinn, Thomas Simmel. Probe, Leverdorffi, die meinteste Schöne der Welt, zum Malen her, unser Wahnsinn, Thomas Simmel. Probe, Leverdorffi, die meinteste Schöne der Welt, zum Malen her, unser Wahnsinn, Thomas Simmel. Probe, Leverdorffi, die meinteste Schöne der Welt, zum Malen her, unser Wahnsinn. Wir gewinnen mein Leben. Wir gewinnen die Meisterschaft, wir gewinnen die Champions League und Pokal auf, und Pokal auf. Wir gewinnen die Meisterschaft, wir gewinnen die Champions League und Pokal auf, und Pokal auf. Liebe Grüße an Atte und danke für die Grüße von uns. Wir haben gestern Nacht, wie viele Kollegen noch was vorbereitet für die Fans, haben wir uns ausgedacht. Das dauert nicht lang, aber vielleicht finden es manche schön. Ich bin Klickal. Ein reihene, ne? I won, I won, I won, I won, two, three, four. Über sieben Rücken musst du gehen. Sieben lange Tage musstest du stehen. Um die Mannschaft wieder als Sieger zu sehen. Und danach ging uns der Text aus. Aber das ist ausbaufähig! Meine Damen und Herren! Nächstes Jahr gibt's mehr. Wir überarbeiten das nochmal. Frank, was? Medi. Aber ein marokkalisches Lied? Irgendeine... Marokkalisch? Oder Schikidimm, Schikidimm. Türkisch, Türkisch. Schikidimm, 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 Schikidimm. Aramisch! Halle Malach, Halle Malach, Halle Malach. Halle Malach, Halle Malach. Wir sind amerikanische Party-Monstern. Na? Okay. Jetzt kleben wir nicht so! Auch hier ist heute schon weiß der Pokalseater, Bini Benatia! Aber hey! Wir sind hier ganz kurz vor... Janja, 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 Janja... Janja, 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 Janja... Freunde, ganz kurz, ich muss ihn hier vorne sehen, auch an diesen 62 Pokalen. Denn was er auch seit vielen Jahren für den Verein gemacht hat, muss man hier nicht explizit erwähnen. Nicht nur sein Tor im Champions League Finale 2013, er ist nicht nur Mr. Wembley. Hier ist aus Niederlande, Arjen Womme! Hier ist Arturo Vidal, und wer es noch nicht weiß, Arturo hat heute Geburtstag! Happy birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Geworts like in the world! zum Geburtsag wie ein Töbo, zum Gewaltstag wie ein Töbo, zum Geburtsag 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 wie ein Töbo. Als ich in der Töbo beteilt habe, ist er die größte Geburtstagspartey Deutschlands an Töbo. Wo würde ich die Weltgesetzte mal rufen? Er hat mir im Dezember, als er mir mitgeteilt hat, er möchte etwas Neues machen, hat er mir einen Satz gesagt. Ich möchte als Freund von Bayern München gehen. Und ich glaube, heute können wir sagen, er geht als großer Freund. Vielen Dank, lieber Freund. Ich weiß, ich will nicht in der Lage sein, dass für mich der Bundesliga die schöne Titel die Champions League erreichen. So, es tut mir leid. Aber dieser Verein und vor allem die Spieler verdienen diese Titel. Ich bin mir sicher, in den letzten Jahren, wie bei euch, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren, dass wir den Stadverdienst heute besuchen. So, vielen Dank, meine Damen und Herren, vielen Dank, lieber Freund. Für unsere Besuchung, für alles. Und minas Dank. Minas Dank. Mir. Mir. Gut und auf Wiedersehen. Vielen Dank.